Stunde. Heute möchten wir ein Studium tun über das Thema Hyperdispensationalismus. Das ist eine Irrelehre, die angefangen hat Ende 19. Jahrhundert, also in Nordwesteuropa, mit einem Mann, Attenberg Bullinger. Rund um 1890 hat er auch eine Bibel, die Companion Bibel, wo er sozusagen nicht so weit geht, dass er zu der universellen Rettung von Menschen, also auch von allen Leuten kommt, inklusive der Teufel, alle Unglauben, die werden sozusagen nicht errettet. Und es hat viele von dieser Irrelehre gegeben, die auch im Deutschsprachraum aufgekommen sind. Und es ist gut, dass man sie mit Namen erwähnt. Das ist wichtig, weil diese Leute, die diese Irrelehre aufnehmen, die haben eine Absicht. Und manche haben auch einen Ruf gehabt, um zu predigen. Doch sie sind diesem Ruf nicht nachgefolgt. Wegen finanziellen Gründen, sie haben kein Glauben, sie sind zu faul, sie haben kein Eifer für den Herrn. Und sie sind ängstlich, um in der Öffentlichkeit gegen Sünde und Sünden sich aufzustellen. Das heißt, sie haben keinen Mut. Dann die zweite Gruppe, die von diesen Hyperdispensationalisten sind, die ein Kennzeichen davon haben, sind Männer, die nicht predigen können. Aber sie wollen nur Aufmerksamkeit aus einer Bibellehre oder aus einer Bibelautorität. Dann drittens, es gibt Leute, die in diese Gruppe kommen, junge Männer und Frauen, die einen Hyperdispensationalisten daten oder verheiratet sind mit so einer Person. Und sie müssen diese Ketzerei aufnehmen, weil sie sind verheiratet, man ist ein Objekt von ihren Gefühlen. All diese Prediger, auch diese Charismatiker und alle Ältesten, die glauben, dass durch Wasser taufen, wenn man den Heiligen Geist bekommt, die haben ein Vollzeitziel. Das ist, einen jungen Mann wegzunehmen von praktisch aktives Seelengewinnen. Und all diese Hyperdispensationalisten haben ein Antibaptisten-Ding in ihrem Kopf und sind so obsesst damit, so beschäftigt damit, und dass sie nur über Wassertaufe argumentieren, jedes Mal, wenn sie einen neuen Christ treffen. Diese Gruppe ist ein Kult, es ist ein Sekte, es ist nicht eine Denomination. Und das Fundament ist eine bewusste Perversion von biblischer Wahrheit. Und das ist immer eine Sache, die man haben muss, weil das ist eine Sache, wenn Sie Bibelschule sehen, das wir tun, so seit mehr als 25 Jahren hier in Europa, die kommen immer dabei und ich habe eine Menge Jungs in Niederländisch, Deutschsprachraum verloren, an diesen Hyperdispensationalisten-Leuten. Und sie lehren, dass es eine Zeit gibt, das nennen sie die Gnade Gottes, die angefangen hat in Apostelgeschichte 9 mit Abfälliger wie Stamm, Begum, Moore und Watkins oder in Apostelgeschichte 13 wie O'Hare und anderen oder in Apostelgeschichte 28 wie Bullinger, Bellinger, Great Wrecks. Daneben lehren sie, dass Wassertaufe nicht ist für diese Zeit, weil diese Zeit hat angefangen in Apostelgeschichte 9 oder andere Sachen in Apostelgeschichte 13 oder andere Sachen in Apostelgeschichte 18 oder andere Sachen in Apostelgeschichte 28. Da haben sie keine Eidingen über. Drittens, sie glauben, dass bibelgläubige Baptisten, das heißt, diejenigen, die glauben durch Glaube alleine an das Blut Jesu und das Opfer an Kreuz eins und für ewig errettet zu sein und die die Heilige Geschichte, die Reformationsbüro, was ihre Autorität habe auf Deutsch, dass diese bibelgläubige Baptisten Ketzer sind, die nicht paulinische Lehren nachfolgen, wie sie das zitieren in 1. Timotheus 1, Vers 16. Viertens, das Vierte, was sie aus ihrer Lehre weitergeben, ist, seit Paul nicht das Befehl hat gegeben, jemanden zu taufen, ist es unschriftlich, unbiblisch und soll man also deswegen niemand taufen. Fünftens, seit Paul wurde nicht gesandt, um zu taufen, ist Wassertaufe präpaulinisch, nach 1. Korinth 1. Und sechstens, diese eine Taufe von Epheser, Kapitel 4, heißt, dass man automatisch Wassertaufe ausradiert, nach Moor, Stamm, Scharpen, Becker. Nun, das ist, was sie wirklich lehren. Manche lehren auch noch kein Abendmahl, aber das ist bei einigen nicht so klar. Nun, wir sollen einiges darüber sagen, weil, nochmals, ich habe viele Leute, also viele einige gehabt, im niederländischen und deutschsprachigen Raum, die sind einfach weggeschlagen von dieser Irrlehre und machen eigentlich wenig bis nichts mehr. Mangel an Glaube, mangel an Eiver, mangel an Mut. Und wenn ein Mann, oft sind es Männer, diese Probleme schon hat, dann umarmt er diesen Hyperdispensationalismus. Dann denkt er, das passt genau, dann habe ich eine intellektuelle Ausrede, um nicht im Glauben zu gehen, kein Eifer zu haben für den Herrn und vor allem nicht in der Öffentlichkeit, sich gegen Sünde und Sünden auszusprechen. Und wenn man auch noch eine Familiensituation hat, wo Frau, Kinder, andere Verwandte da nicht so viel Freude haben, hat man die intellektuelle Ausrede, um zu sagen, sie, ich brauche das alles nicht zu tun, ich kann meine persönliche Friede bewahren. Meistens sind es einfach, nennen sie mal Schokolade-Soldaten, die verweigern, in den Kampf zu ziehen und verweigern, etwas einzustecken, wenn sie sich aussprechen für die Worte Gottes, die Heilige Schrift, die die meisten dann auch ablehnen, und für den Namen Jesu verweigern, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Und es ist nicht ein, zwei Mal, aber ja in, ja aus. Nun, diese Irrelehre ist ebenso eine Irrelehre als die Lehre von Calvin, um Bimi zu bespringen und ebenso eine Ketzerei wie die Lehre von den siebentag Adventisten oder die Jehovas Zeugen. Es ist, was wir nennen Ultradispensationalismus oder Hyperdispensationalismus. Und sie gehen schon nach dem Text in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Moment. 2. Timotheus 2, Vers 15. Also, die nützen sie dann, ohne die natürlich korrekt zu interpretieren. Befleischige dich, Gott zu erzeigen, einen rechtschaffenden, unsträflichen Arbeiter, die da recht teile, das Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit muss recht geteilt werden. Und wenn man das nicht recht teilt, dann fängt man an, ihre Lehre, an falsche Lehre zu lehren. Es ist natürlich ganz klar, dass das alte und neue Testament zwei verschiedenen Dispensationen sind. Und es ist ganz klar, dass diese Instruktionen sind für die eine Zeit nicht die gleiche wie die andere Zeit. Zum Beispiel in 3. Mose, Leviticus 11, bezüglich Diät, kann man bestimmte Sachen nicht essen. Doch in 1. Timotheus 4, in den ersten 5 Versen, ist es ganz klar, dass man alles essen kann, worüber man mit einem reines Gewissen beten kann. Und das Unterschied kann man nur erklären in unterschiedlichen Dispensationen. Wir sehen in Apostelgeschichte 10, einen Übergang, wo Simon Petrus gelehrt wird, dass er nicht unrein halten soll, was Gott rein hat gehalten. Und das ist sehr wichtig, weil es zeigt, dass das Buch Apostelgeschichte ein Übergangsbuch ist, das uns vom Alten Testament ins Neuen Testament mitnimmt. Das heißt, für diesen Grund gibt es eine der größten Kerzen, die gelebt haben, die begründen ihre Lehre auf Apostelgeschichte. Es ist nicht ein Grupp von den Nachfolger von Alexander Kemper im Süden der USA, die den ganzen System nicht gründet auf Apostelgeschichte 2, 38. Man muss mit Wasser getauft werden, um den Heiligen Geist zu bekommen. Und auch Calvin, von ihm lesen wir in Apostelgeschichte, am Vers, was er dann oft erwähnt hat, um den Auserwählungslehrer zu begründen, ist Apostelgeschichte 13, Vers 48. Dass aber die Heiden hörten, wurden sie froh und preisten das Wort des Herrn und wurden gläubig, wie viel ihnen zum Eben geleben verordnet waren. Verordnet, auserwählt. Und jeder postmeniale Prediger in der Welt kann sich finden in Apostelgeschichte 2, wo er dann sagt, dass Jesus Christus nun regiert über David's Reich auf David's Stuhl. Mit anderen Worten, das Buch Apostelgeschichte ist ein ziemlich gefährliches Ort, um lehmmäßig seinen Lehrer oder seinen Kult anzufangen. Man hat diese bestimmte Predige, die sagen, ja, Wassertaufe ist wichtig für Rettung. In der Prüste 2, 38. Das ist falsch. Und die Ultra-Dispensationalist, die schmeißt die ganze Wassertaufe aus dem Fenster und macht davon ein Thema, ebenso wie die anderen ein Thema machen von Wasserbesprengung. Und nochmals, ich habe einige persönlich gekannt, die hier in verstrickt geraten sind und nicht mehr aktiv in der Bibelgläubiggemeinde sind und nur zusammensitzen und Schätze versuchen herauszufinden aus irgendeiner Übersetzung und wenn es kommt zu aktiv sehen, würde ich nichts mehr klar machen. Die erste Sache für einen Mann, die sich unterordnet an diesen hyper-dispensationalistischen Irrlehren, ist er, dass er sich aufhängt an diesen Nicht-Tauferei. Ebenso als ein Prediger von diesem Alexander Campbell im Süden-Durchsack, Gemeinde Christi heißen sie, sich im Wasser und Papstentaufe aufhängt. Wemme du diese Leute beobachtest durch die Jahre, wemme du realisiert, dass sie eine rödische Obsession haben mit dieser Sache in ihr Bibel lehren. Das Wichtigste von diesen hyper-dispensationalisten ist, dass sie die Baptistengemeinde zerstören möchten. Sie sind Fanatiker. Das heißt, sie sind so obsessiv beschäftigt mit Nicht-Wasser. Das ist, worüber sie die ganze Zeit essen, schlafen, atmen, trinken. Das Einzige, was ihre Absicht ist, ist, Mitglieder wegnehmen aus Baptistengemeinde. Ich habe das nur in mir über 30 Jahre beobachtet, in Englisch, Deutschsprache, niederländische Sprache, Raum. Sie sind auch immer verbunden und verbleiben rundum Baptisten. Und habe eine Absicht, sie zu bezeugen, dass es falsch ist, dass sie im Wasser getauft sind. Dann ist die Frage, wie passt das in diesem Programm von diesen hyper-dispensationalisten? Bevor wir das besprechen, möchten wir eine zweite Sache besprechen, und das ist, dass die hyper-dispensationalisten, ebenso wie die Nachfolger von Alexander Campbell, Sieben-Tagadventisten, Jehovas-Zeugen, ab und zu im Laufe der Zeit ihre Theologie anpassen müssten, um die Schrift versuchen, ihre Lehre mit der Schrift übereinstimmen zu lassen. Aber diese Gruppe, vor allem das große neue Ding, das sie offenbart bekommen haben, die große neue Offenbarung, und dann kommen sie in Konflikt mit wahren Bibelgläubigen Leuten, die die Schrift kennen, und dann müssen sie ihre Position immer mehr anpassen und mehr und mehr näher an die Schrift kommen, ohne ihre ursprüngliche Position zu verlassen. Nun, lassen wir erst mal sagen, was die Leute sagen, dass sie glauben. Das werden sie natürlich verneinen und dann fangen sie an Schriften darzustellen, um ihren Kreisdenken zu rechtfertigen. Und nach sechs Stunden versuchen sie herauszufinden, sie glauben genau das gleiche, was ich dir heute sage. Alle Ketzer haben eine Kreislauf Art von Denken. Jehovenszeuge, Adventisten und natürlich Hyperkaufenisten haben das alle gleich. Aber wir sprechen hier über diesen Hyperdispensationalisten. Er hat angefangen mit Edelbert Bullinger hat ein Buch geschrieben, 19 Juni, das heißt der Companion Bible und er hat Folgendes gelehrt, dass nur die Gefängnisbriefe, die von Paulus geschrieben am Ende, nach dem Apostelgeschichte fertig waren, lehmäßig korrekt waren für den Christ. zweitens, dass das Leib, was in Apostelgeschichte gefunden wurde, nicht das Leib Christi ist, was gefunden wurde in Epheser 2 und 3 und drittens, dass diesen geheime Leib von Christus, was Paulus erwähnt in Epheser 2 und 3, sich nicht hat offenbart bis nach oder Ende Apostelgeschichte 28. Na, ist problembar, dass es letztendlich so durcheinander kam, bezüglich die Bedingungen in Epheser 1 über alle Dinge in Christus, dass es letztendlich vorgestellt hat, dass es eine universelle Rettung gibt für alle Menschen in der Welt, inklusive der Teufel und seiner Engel. Das Fremde ist, dass Epheser 1 auch der Beweis, Grund und Text ist von Hypercalvinisten oder Augustinianer. Besten Nun, sowohl ein Hypercalvinist als auch ein Hyperdespensationalist haben ihr Fundament in Epheser und beide nützen Hinweise zu Versen in der Postgeschichte, um ihre besondere Position zu beweisen. Die Position Epheser 1 ist das, die endet ein wenig unter G.C. O'Hare, Radio Prediger aus Chicago. Er ist zurückgefunden von Bollingers Position wegen ein paar Sachen. Erstens, einige Bibelglauben haben dem gezeigt, dass in 1. Gründer 12 wird das schon gesprochen über das Geheimnis Leib. Und die Mitglieder in diesem Leib sagen ganz klar, sind durch einen Geist getauft in diesem Leib. Diesem Brief wurde geschrieben während der Zeit der Apostel zu Jungbekehrte in Korinthe. So, er ist zurückgefallen und hat sich entschieden, dass das Leib Christi hat angefangen in Apostel 18. Apostel 18. Da hat der Herr angefangen mit dieser Gemeinde in Korinthe und das hat also kurz die Sache gerettet für diesen Dispensationalisten, weil sie das Leib Christi Anfang Apostel 18. hatten während dieser Apostel Zeit und noch immer Wassertaufe wegschmeißen könnten. Die letzte Beispiele, die sie gefunden, natürlich Wassertaufe in Apostelgeschichte war in Apostelgeschichte 18 und 19 und sie haben dann diese Passage Dispensationalistisch versucht zu betrachten in Apostelgeschichte 19 wo man gesprochen hat über die Taufe und die Jungbekehrte von Apollos Vers 1 bis Vers 7 von Apostelgeschichte 19 18 und deswegen konnten sie sagen das Wassertaufe hat geändert in Apostelgeschichte 18 und deswegen hat das Leib Christi angefangen in Apostelgeschichte 18 das ist typisch für einen Ketzer der nicht weiß worüber er spricht er macht eine direkte Erklärung und dann muss er sich anpassen und nochmals anpassen und nochmals anpassen um sein ihre Lehre übereinstimmen zu lassen mit der Heiligen Schrift Wir handeln hiermit eine Gruppe Leute die ein Absicht haben um Wassertaufe loszuwerden in irgendeiner Form Die größten Feinde von Bibelgläubiger Baptistischen Gemeinden sind diese Hyper-Dispensationalisten die ihre Lehre folgen die Ketzerei folgen von G.C. O'Hare Bek Koledistan und Buhlinger Und fangen sie an diese unabhängige Baptistischen Gemeinden zu schreiben und dann sagen sie Ja ihr seid ein Sklaven ihrer Tradition und ihr habt keine Freiheit um die Lehre der Heiligen Schrift zu folgen und die Gemeinden haben Angst um die Wahrheit ihrer Leute zu sagen Das ist der Standard Müll die diese Hyper-Dispensationalisten versuchen zu bringen und versuchen so scharfe wegzustellen von Baptistengemeinden Sie kommen gerne in die Gemeinde sie infiltrieren die Gemeinde und versuchen so Leute wegzuziehen in ihrer Bibelstunden so haben auch Rudolf und Russell ihre Studenten genannt Bibelstudenten und dann fangen sie an ihnen zu lehren dass Wassertaufen nicht für sie ist Nun dann wurde er darauf gewesen in Apostelgeschichte 16 es ist geschrieben dass Apostel Paulus Jungbekehrter tauft nachdem er das Evangelium der Gnade Gottes wusste es ist ganz klar von Apostelgeschichte 15 dass das Evangelium der Gnade Gottes bekannt war an den Aposteln von Simon Petrus in Apostelgeschichte 15 Vers 11 sagt folgendes sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden gleicherweise wie auch sie und wenn diese Kerkmeisterin Apostelgeschichte 16 die Frage stellt an Paulus und Silas Herren was muss ich tun dass ich selig werde sagte glaube an den Herrn Jesu Christum so wirst du und dein Haus selig das ist ganz klar die Lehre von Epheser und Römer so es ist klar dass in Apostelgeschichte 16 Apostelgeschichte bekannt bekannt und gegeben und gegeben Gottes Gottes er näher niemand hat nur gekehrt tauft nachdem er erinnert wurde durch Gnade und durch Glauben wir lesen da in Apostelgeschichte 16 Vers 33 nahmen sie zu sich in derselbe Stunde der Nacht und wurscht ihnen die Stremen ab und ließ sie sich taufen und alle die seien also bald das ganze Haus geht zum Glauben und kommen an Jesus Christus na das wurde an euer bekannt gemacht und Cornelius Stamm und Birke haben deswegen noch ein Schritt zurückgenommen Richtung zurück Richtung Apostelgeschichte 9 diese Gruppe sagt dass das Leib hat angefangen mit Paulus das heißt sie machen das Leib Christus von Apostelgeschichte 2 bis 9 ein Leib und das Leib von Christus von Apostelgeschichte 9 ein anderes Leib und da wurde sie darauf gewiesen dass manche von Paulus Leute in Christus waren bevor Apostelgeschichte 9 wir lesen das ganz klar in Römer Kapitel 16 Vers 7 grüße den Andronikus und den Junias meine Gefreundeten und meine Mitgefangenen welche sind berühmt Apostel und vor mir gewesen in Christo na das konnte diese Hyper des nicht handeln und deswegen haben sie die Schlussfolge gezogen dass du in Christus sein ohne in Christi Leib zu sein das ist eine sehr sehr besondere Position die Ausdruck in Christu ist ein politischer Ausdruck das hat zu tun mit diesem Geheimnis vom Leib Jesu Christi doch diese Leute konnten nicht jemandem erlauben in Christu zu sein bevor Paulus Paulus ganz klar sagt in Vers 7 welche sind berühmte Apostel und vor mir gewesen in Christum na die letzte anpassung die diesen heuschler machen mussten ist um zu sein das Leib Christi in die gedanken Gottes war bevor Apostel 9 doch nicht in Realität da war bis es an Paulus offenbart wurde und so haben sie wieder die alte Position von Bullinger eingenommen und denken da kommen wir mit weg durch zu sagen dass das Leib nicht wirklich hat angefangen mit Paulus aber irgendwann in Apostelgeschichte gab es einen langsamer Übergang zu diesem Leib nachdem das Geheimnis offenbart wurde na lass wir das wichtigste Punkt hier ansprechen und das wahre Punkt ist wann ist das Leib Christi oder wann hat das Leib Christi angefangen das ist das wichtigste Punkt natürlich diese Heuchte die gehen allerlei Versen hinter nach um zu beweisen dass das Geheimnis der Offenbarung irgendwo anders ist aber Punkt ist und bleibt wann ist das Leib Christi wann hat das angefangen warum wollen Leute dass das nicht weiß erstens sie wissen drittens möchtest dort platzieren wo es wassertaf ausschließt das ist ihre Lehre in diese drei punkten kern von ihrer lehre sind in diese drei punkten umfasst Jordan und Stamm haben das mit ihren Bruce Hüschleit unterstützt und einige kommentaren und ich kenne das gut aus ich habe auch Stamm Buch Ex Dispensational da gibt es auch ein paar gute Dinge darin aber hier geht er vollkommen falsch sie haben schon einige gesunde Gedanken über die Unterschiede zwischen den Dienst von Petrus und Paulus doch wenn es kommt zur dispensationalistische Wahrheit konnte keiner von ihnen sagen wenn diese Disposition hat angefangen oder wenn man dann sagt ja Matthäus 28 das heißt hin auf die Trübserszeit und eines könnte ein Hinweis Dispensationalistisch sein zu der Trübserszeit aber manche Dinge die die Trübserszeit hinweisen können auch zu die Gemeindezeit hinweisen zum Beispiel in Offenbarung 12 sie haben ihn besiegt also der Teufel durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt sondern tot das ist auch eine gute Lehre für die Gemeindezeit und dann sagen sie aber das kann dispensationalistisch nicht wahr sein weil der Apostelgeschichte wird nicht getauft im Namen des Vaters und Heiligen Geistes nur im Namen Jesu nein das ist nicht richtig weil der Apostelgeschichte 10 wird gesagt sie wird getauft in den Namen des Herrn wenn er eine gute Bibel ist auch die meisten Dispensationalisten Hipper Dispensationalisten die haben oft neue Bibeln sie haben keine Heilige Schrift sie haben eine neue Übersetzung von Alexander nun sagen sie dann in der Apostelgeschichte 10 ja das war der Name Jesu nein in Matthäus 28 wird man getauft im Namen Einzel des Vaters Sohns und Heiligen Geistes und dann ist war in der Apostelgeschichte 10 ein Heiden dann sagen sie dann kannst du uns ein Verweis geben in der plinischen Briefe das Wassertaufer befällt sicher wurde an 1. Korinther 11 sein Männer nachfolge wie ich Christus nachfolge nein wird dann gesagt nein die Taufe von Paulus in der Apostelgeschichte waren jüdische Apostelite Taufe von Annias und das sollst du sicher nicht nachfolgen nein ich folge nicht diejenige nach die Paulus taufte mir wird gesagt ich musste Paul nachfolgen Paul wurde getauft ja beiunter eine verschiedene andere Dispensation in der Apostelgeschichte 9 das ist nicht gesagt er tauft seine Bekehrte in der Apostelgeschichte 16 so wenn diese Leute und auch am Anfang 1. Korinther sagt er hat ein paar Leute da getauft in 1. Korinther Kapitel 1 Vers 14 ich danke Gott dass niemand unter euch getauft habe außer Christus und Gaius Vers 16 ich habe auch getauft dass Stephen das Hausgesinde danach weiß ich nicht ob ich etliche andere getauft habe na dann hat er da ein Hausgesinde das ist eine Familie von minimal 3 Leute plus Christus plus Gaius hat minimal 5 Leute in Korinther getauft so fangen sie oft an diese Hyperdispensationalisten und letztendlich sagen sie dann wir glauben einfach nicht an Wassertau für diese Gemeindezeit na dann wenn sie das sagen muss sie fragen wann hat diese Dispensation angefangen dann fangen sie an eine halbe Stunde zu reden ohne dass sie etwas sagen und die Frage beantworten dann gehen sie nach Versa 2 Versa 3 sie gehen durch die Postgeschichte nach Römer er sagt oh das hat man so viel Bibelkenntnis aber eine Sache erzählen sie dich nicht er will dir niemals sagen wann die Gemeindezeit hat angefangen und wenn du eine halbe Stunde reden lasst dann sagt er eigentlich ja ich weiß es eigentlich nicht und dann kannst du sagen hey du na du versuchst meiner Leute zu sagen dass Wassertau nicht für diese Zeit ist und ich weiß nicht mal wann diese Zeit angefangen hat ist gleich dass Leute sagen ja die Arche von Noah die war wieder zu klein um alle Tiere rein zu tun dann sagt er wie groß war die Arche dann nein ich hatte keine Ahnung davon es ist genau das gleiche mit diesen Hyperdispensationalisten wenn er sie mal wirklich offenbaren will was sie also nicht glauben fragt wann hat das Leib Christi angefangen das nächste Problem mit diesen Kreislauftypen wenn du sie überzeugen könntest das Leib angefordert in Apostelgeschichte 2 dann sagen sie da müssen wir auch in Zunge sprechen in Apostelgeschichte 2 müssen wir unseren Eigentum teilen in Apostelgeschichte 2 oder wir warum praktisieren wir nicht Apostelgeschichte 2 das ist ganz einfach wir folgen nicht der Praxis in Apostelgeschichte 2 weil in Apostelgeschichte 2 wenn diese Sache stattgefunden habe hatten wir nicht die volle Offenbarung und Simon Petrus weiß nicht das ist es nicht lehrmäßig das ist die Antwort es ist kein Hinweis dass Simon Petrus aller Wahrheiten das Teutelgeschichte 2 weiß in Apostelgeschichte 2 wenn er da predigt er geht nach dem Licht das er damals hatte und mit diesem Licht weist er seine Leute die Jude und die Apostelgeschichte hin zu die Wahrheit er spricht zu Israel er predigt dass du in Wasser getauert werden musst um den Heiligen Geist zu bekommen das war richtig in Apostelgeschichte 2 spät ist es nicht mehr richtig wie weißt du das dann weil wir sagen ganz klar sehen ganz klar in Apostelgeschichte Kapitel 10 wenn Petrus nach Cornelis geschickt wird dann sagt er in Vers 43 von diesem Zeugen aller Propheten dass durch seinen Namen alle die ihren Glauben Vergebung der Sünden empfangen sollen der Petrus noch diese Worte redete für den Heiligen Geist auf alle die dem Wort zuhörten und die Gläubigen aus der Beschneidung die mit Petrus kommen waren dann setzten sich dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wird das heißt sie ich musste nicht getauft werden um den Heiligen Geist zu bekommen ich habe den Heiligen Geist bekommen bevor sie in Wasser getauft werden das heißt diese Dispronationalisten die können dich nicht sagen wann die Gemeindezeit hat angefangen aber wenn du überzeugt dass die Zeit hat angefangen dann sollte das los werden und dann sagt warum praktizieren wir dann nicht was sie damals praktiziert haben weil wir eine fortgeschrittene Offenbarung haben die sie damals in Apostelgeschichte nicht gehabt haben wenn du das sagst dann sagen sie Epheser 4 ist eine fortgeschrittene Offenbarung über die eine Geist die Paulus nicht hatte wenn er seine begehrte Jugendbekehrte hat getauft und deswegen sollen wir das nicht mehr tun Journalisten zum Beispiel hast du das Unterschied gesehen bei Simon Paredes in Apostelgeschichte 11 wenn er herausgefunden hat dass es falsch war dass sie der Leute hat gesagt dass sie in Wasser getauft wurde um den Heiligen Geist zu bekommen er sagt ganz klar in Apostelgeschichte 11 Vers 15 bis Vers 18 indem aber ich anfing zu reden für den Heiligen Geist auf sie gleich wie auf uns am ersten Anfang da dachte ich an das Worte des Herrn als er sagte Johannes hat mit Wasser getauft ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden sondern Gott ihnen gleiche Gaben gegeben hat wie auch uns die der Glauben an den Herrn Jesus Christus wer war ich dass ich könnte Gott wehren dass sie das hörten schwiegen sie und still und lobten Gott und sprachen so hat Gott auch den heilen Buß gegeben zum Leben Simon Peter sieht hier dass ein Mensch muss nicht in Wasser getauft wird um den Heiligen Geist zu empfangen hat das auch erklärt und sein definitiv Aussage hierüber finden wir in Apostelgesichte 15 Vers 11 sondern wir glauben durch die Gnade der Sein Jesu Christ sie selig zu werden gleiche Weise wie auch sie na was sagen die Leute dann erster Gerinder sagt doch Christus hat man nicht geschickt um zu taufen das Evangelium zu geben da wird wieder ein Teil zitiert die korrekte Zusammenhang finden wir in Vers 17 Christus hat man nicht gesandt zu taufen sondern das Evangelium zu predigen nicht mit klugen Worten auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werden hat nichts zu tun mit was das wegtun wegen einer fortgeschrittenen Offenbarung in Vers 14 15 16 17 werden sehen wir dass Paulus da Leute getauft hat Christus Chaius Stephanes Hausgesinde und so weiter nachdem er das in das Evangelium gepredigt hat aber er hat Gott gedankt dass er nicht verantwortlich war für den Rest die getauft wurde das heißt wir haben hier eine typische Kerze die gerne einen Vers aus einem Zusammenhang nimmt und von diesen Versen haben wir diese große Struktur die Könedis Stamm aufgestellt hat und diese Struktur sagt dass die elf Aposteln von Apotheus 28 nur geschickt wurde um zu taufen das ist nicht die Wahrheit und dass Paulus nicht geschickt wurde um überhaupt zu taufen das ist auch nicht die Wahrheit die Wahrheit ist dass obwohl Paulus nicht erstens geschickt wurde um zu taufen er hat doch Jungbekehrte getauft das haben wir gerade gesehen in 1. Korinther 1 Vers 14 15 16 er hat Christus Gaius getauft und Stephen des Hausgesindes getauft und nochmals er war ein reisender Evangelist er war nicht ein Pastor von einer Orts Gemeinde es ist nicht wahr die Aposteln waren nur geschickt um zu taufen sie waren geschickt um zu taufen um zu predigen die Vergebung der Sünde Lukas 24 47 um alle Heiden zu lehren und Zeuge zu sein Jesus Christus in Apostel 1 das heißt was sie Ketzer tun sie geben sie nur einen Teil der Wahrheit und nicht die ganze Wahrheit zurück zu die Frage wann hat das Leib Christi angefangen wenn das Leib hat angefangen in Apostel 28 da konntest du kein Vers finden um zu beweisen dass du Leute im Wasser taufen müsst doch immer hast so ein Problem gehabt das Geheimnis war an Paulus gegeben und Paulus wurde im Wasser getauft wenn das Leib Christi nicht hat angefangen in Apostel 28 dann war Paulus nicht im Leib das ihm offenbart war nach 30 Jahren seinem Leben wenn das Leib nicht begann bis Apostel 18 war Paulus nicht im Leib für sicher 10 Jahre seines Lebens wann ist in das Leib gekommen ich habe gesagt durch einen Geist sind wir alle in einem Leib getauft wann hat der Geist Paulus dann getauft im Leib Christi Nun dann haben wir die Grundtexten für diese Hyper des naturalist in Epheser 2 und Epheser 3 und sie lesen es aus etwas kann nicht offenbart werden bis es präsent ist etwas ist nicht offenbart wenn es nicht offenbart ist nicht da das ist ein großer Unsinn ich kann sagen was habe ich in meiner Hosentasche ich weiß nicht was eine Hosentasche heißt dass es nicht da ist oder sonst oh ja Stamm hat gesagt dass das Leib in die Gedanke Gottes war nein ich sage ich bin etwas was hier nun ist Stamm hat gesichst in die Gedanke Gottes unwittig was in die Gedanke Gottes ist die Frage ist ich will wissen wann es angefangen hat und wissen die nicht was das angefangen hat und hier in Epheser Kapitel 3 geht es um Gnade die an Paulus ausgeteilt worden ist nicht eine Periode von Gnade Paulus wusste von diesem Geheimnis bevor Apostel 18 18 müssen wir niemals die Offenbarung von diesem Geheimnis mischen mit wann es statt gefunden hat nun als Bibelgläubige lehren wir die Ortsgemeinde nicht hat angefangen mit Apostel 2 das die 12 ausgerufen und in eine Ortsgemeinde nach Pfingsten hat es sicher Jude und Heidende darin gehabt und wurde diese Ortsgemeinde zu ein Organismus und wurde mehr eine Organisation nach Pfingsten doch es wurde ein lebendiges Organismus wo seine Mitglieder platziert wurden in Christus durch eine Taufe des Heiligen Geistes wenn Paulus sagt ein Geist ein Herr ein Glaube ein Taufe kann er nun hinweist zu den gleichen Heiligen Geist und die Taufe die Jünger mit Pfingsten Cornelius Familie Apostel Paulus selber und die Pfese in diesem Leib Christi hat platziert nach 1. Gründe 12 Vers 13 das kann nicht die gleiche Phänomene sie haben nicht passiert in Apostel 2 vergleicht mit Apostel 10 und so weiter und so fort der hat alle Arten von Phänomenen er kann tun was er tun möchte er hat sich wie es sich offenbart im Heiligen Geist gibt eine Menge mal geändert in Apostel Geschichte in Apostel Geschichte haben wir eine Gruppe Leute die müssen getauft werden um den Heiligen Geist zu bekommen Apostel Geschichte 2 eine andere Gruppe bekommt der Heiligen Geist bevor sie ein anderer Mann wird von 9 geboren bevor sie getauft wird Apostel Geschichte 9 eine andere Gruppe Leute glaubt und sind errettet und werden getauft ohne den Heiligen Geist zu empfangen Apostel 8 eine andere Gruppe wird errettet und getauft und spricht nicht in Zunge bis sie Hände aufgelegt bekommen Apostel 19 das heißt wenn du sagst dass das Leib Christi nicht da sein kann war bestimmte um unter dem Punkt auszukommen dass Paulus sagt ein Taufe ein Leib ein Geist also tun mit die gleiche Rettung und die gleiche heißt du kannst nicht ein Leib haben und ein anderes Christes Leib haben von Apostel 2 bis 9 das macht zwei Körper und das ist genau das Problem mit diesen Hyperdispensationalisten und das letzte Punkt ist waren Petrus Jakobus und Johannes in diesem Leib das ist das wichtigste Punkt und wenn er diese Stamm Becker und her durcheinander bringen möchte und dass sie nicht mehr auf ihre Füße stehen möchten muss sie fragen wann sind Petrus Jakobus Johannes in diesem Leib Christi platziert wann sind sie reingekommen das können sie nachlesen in Johannes Kapitel 17 Vers 6 9 Vers 10 Vers 14 15 16 17 ist die gleiche Gruppe Vers 21 und dann lesen wir in Apostel 17 Vers 21 folgendes dass sie alle eins seien gleich wie du Vater in mir und ich in dir dass auch sie in uns eins seien auf das die wert glaube du hast mich gesandt wie kannst du daraus zwei Körper und zwei Geister destillieren wie kannst zu Petrus Jakobus Johannes in Christus kriege und nicht in sein Körper Vers 23 ich in ihnen und du in mir ob dass sie vollkommen sein in eins das ist das ist ein das ist dass Jesus meinte was er sagt und sagt was er meinte dass er in Petrus Jakobus und Johannes und das Petrus Jakobus und Johannes in ihm waren und da diese hohe christliche gebet beantwortet wurde und das einzige ort wo es beantwortet wurde war bei Pfingsten in Ephesus spricht Paulus nicht von einer Taufe mit Ausnahme von aller anderen Form es spricht über die Taufe die rettet das ist ganz klar von dem Zusammenhang dass nichts in Ephes 4 was spricht über Zusammen zu halten und Gemeinde auseinander zu reißen die in Wasser getauft sind wenn Petrus Jakobus Johannes nicht in Jesu Christi waren dann bist du es auch nicht und noch war Paulus nicht denkst dass das hohe christliche Gebet Christus abgelehnt wurde ich dachte nicht nun die Tatsache dass die Heiden nicht das Leib angekommen sind bis sie errettet wurde in Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 8 die jüdische Kämmerer die Tatsache dass reine Heiden die nicht jüdische Präsenite waren nicht in das Leib kamen bis Apostelgeschichte 13 14 15 16 bringt nichts sie konnten da reinkommen wenn Jesus Christus starb am Kreuz Vers 16 von Epheser 2 Vers 16 auf dass er beide Jude und Heide versöhnte mit Gott in einem Leib durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst noch mal diese Hyper Dispensationaliste die haben vor jede Bibel Gläub Baptisten Gemeinde zu zerstören und die Idee von wir möchten die weiter tiefere Dinge Gottes sind Parasite und keiner hat seine eigene Gemeinde gegründet jede von dieser Gruppe besteht aus anderen Gemeinden gestohlen haben sie infiltrierten Baptisten Gemeinde und probieren da die Leute zu lehren das was nicht für diese Dispensation ist und keiner hat man eine Ahnung wenn diese Dispension angefangen hat wenn eine Person seine Bibel zerricht dann fangt sie das Wort weiter falsch an zu teilen die Leute die Gemeinde vorbei versuchen junge Bibelstunden wegzunehmen Bibelstudien zu halten in ihre Heime aufpassen dafür Wahrheit ist das Leib Christi wurde vermied mit der Tod Jesu Christi genau wie Adam wenn er geschlafen ist zum Bild von seinem Tod und Eva aus seiner Seite genommen wurde die Tatsache dass das Leib nicht hat angefangen aufgebaut zu werden bis Pfingsten bedeutet absolut nichts Tatsache dass das Leib am Anfang nur Jude enthalten hat wird absolut nichts es wurde bestimmt um Jude und Heide in Sicht zu haben und das ist das Geheimnis was offenbart wurde an Paulus nach Apostel Gesichte 9 Tatsache dass es offenbar wurde an Paulus nach Apostel Gesichte 8 hat überhaupt den Einfluss wann es angefangen hat es war schon da Jahre bevor Paulus erreddert wurde in Christus nach Römer 16 7 und er hat Christus Jesu hat gesagt du hast mich verfolgt mein Leib auf Erde verfolgt die Gemeinde Gottes in Galater 1 13 und wird gesagt in 1 Korinther 10 11 und 12 dass die Gemeinde Gottes wird zusammengestellt von Jude und Heide nach 1 Korinther 12 13 nochmals Paulus hat gesagt sei mir in der Nachfolge wie ich Christus nachfolge inklusive untertauche durch Wassertaufe nun Leute die Cornelius Stamm und diese ultra dispensationalist nachfolgen machen immer ein Riesenproblem auf dem Punkt von Taufe das einzige Thema was sie wieder haben ist wie trocken bin ich wie trocken bist du und ihr Lehrer und Predigt ist eben so trocken als ihre Taufe und nochmals das ist ihre ihre Lehre das ist was sie vorhaben zu tun sie sind nichts anderes als Parasite die Rudumbaptistengemeinde schwärmen um sie dann wegzunehmen und sie dann ebenso trocken und fruchtlos zu machen als sie selber sind das ist die Geiste der hinter steckt ich will euch Gottes Segen den Herrn befohlen bleibt weg von dieser Lehre und von diese Leute anhand von 2. Motis Kapitel 2 Vers 20 bis 22 3 2 1 2 2 3 2 3 3 4